Und jetzt gibt es Werbung für mich oder für dich. Auf unserer Faultier-Shop-Seite findest du lustige Faultier-T-Shirts, so wie Sprüche, ich bin nicht faul oder Hektik ist auch keine Lösung. Gucken wir uns noch mal an, was für Faultier-T-Shirts wir hier so alles haben. Kann ich übrigens ein Verkaufsschlager. Habe ich für Isa erstellt, kann ich wieder ins Bett. Hektik ist auch keine Lösung, hatten wir oben. Gibt es den Weiß und den Schwarz. Alle sagen ich sei faul, dabei tue ich doch gar nichts. Ich bin nicht faul, ich bin langsam aus Leidenschaft. Der Geist ist willig, der Körper chillig. Hetz mich nicht. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich esse Veggie. Ich atme, produktiver wird es nicht mehr. Ich bin nicht faul, ich habe Geduld. Erstmal einen Kaffee. Slow down, have a cup of coffee. Die englische Variante. Und hier unten gibt es noch, das oben waren die T-Shirts mit den Produktbildern dann halt dann da so. Aber zu den Produkten gibt es auch immer Lang-Shirt, Frauen-Shirt und diverse andere Produkte, die du hier unten alle findest. Also zu den Produkten, die oben, du siehst, gibt es auch immer eine andere Variante dann halt. Oder auch so ein Pocket-Socket. Und vielleicht ist ja hier so ein Faultier T-Shirt das richtige für dich. Dann kannst du ja mal hier so reinschauen. Und ja, das ist Werbung für mich oder Werbung für dich, wenn du hier so ein lustiges Faultier T-Shirt kaufen willst.